Herzlich willkommen bei The Untageable Podcast. Ich bin's wieder, euer Drama und heute mit der Folge Alles gelogen. Mit dabei haben wir den lieben Sasch. Hi. Moin. Erstmal ein neues Gesicht hier. Na ja, gut, ein Gesicht ist schon gelogen. Also, ja gut, passt zur Folge. Du bist das erste Mal bei uns im Podcast? Jawohl. Habe ich dich schlimm gezwungen eigentlich? Ja, also wer wir ein Schläger-Trupp auf dem Hals halt, wenn ich nicht mitmache, das ist schon... Das ist schon doll, ne? Ja. Aber es ist okay. Und aus dem Aspekt, weil wir Angst hatten, dass er wegläuft, haben wir ihn auch in den Keller gesperrt. Und da haben wir ihm ein Mikrofon hingestellt und er ist leider nicht mit im Studio. Nein, um Gottes Willen, er ist natürlich geborgen zu Hause. Aber wir wegen der Entfernung haben wir das jetzt so gemacht und ja, weil es einfach von der Zeit her nicht passte, dass wir das Ganze über Discord aufnehmen. Also, wenn es mal an einigen Stellen hier oder da sich kraxellig anhört, dann bin ich raus. Einfach Rage quitten. Ja, in den vergangenen Tagen war das halt so, dass wir ein bisschen Probleme mit dem Audio hatten. Also, es ist auch noch nicht so ganz behoben. Also, irgendwann bist du auch an der Grenze eines Mikrofons angelangt. Und ja, jetzt... Wir müssen neue Mikrofone kaufen, neues Setup. Aber das sind jetzt auch noch die letzten Folgen, die wir hier ohne Video machen übrigens. Also, demnächst wird es ja so sein, dass wir dann unsere Hackfressen mal zur, ja, zur Verfügung stellen hier. Also... Widerlich! Ja, heute haben wir im Gepäck eine Story. Und die erzähle ich diesmal. Du hast ja noch nicht so ganz alles mitbekommen hier vom Podcast, aber hast es ja schon relativ von Anfang an mitbekommen, dass ich sowas mache. Yes. Es ist halt so, dass wir verschiedene Sachen machen. Also, wir haben manchmal so ein Thema, was wir vorstellen, beziehungsweise über das wir reden. Oder halt jemand als Gast erzählt so ein paar Storys von sich. Oder eine Story. So eine Dating-Story. Heute bin ich der Gast, der eine Story erzählt. In der eigenen Show. Geil. Ja, ganz genau. Das ist eine Short-Story. Habe ich dir auch im Vorfeld erzählt, sodass wir eine Short-Story machen. Und dann quatschen wir mal ein bisschen so rum. Es ist so gewesen, ich habe damals mal so ein, also ein Date gehabt. Also, ich habe ein Mädel kennengelernt über eine Dating-Plattform. Und, ähm, wie nennen wir sie? Ähm, die ist eh so kurz. Jutta. Okay, wie nennen sie Jutta? Also, ich habe Jutta über eine Dating-Plattform kennengelernt. So. Und, ähm, der Klassiker, ne? So. Man schreibt ganz normal miteinander. Ähm, das Erste, was ich halt immer gemacht habe, war, zu gucken, ob der Beziehungsstatus auch wirklich Single ist. Weil sonst ist es natürlich doof, ne? Dann hast du da eine Person, also, es gibt halt nichts Schlimmeres, als wenn du Bock auf eine Beziehung hast und dich mit einem Mädel datest und die ist gar nicht Single. Also, es bringt ja nichts. Ja, ist auch für dich auf jeden Fall scheiße, ne? Eine Frau zu daten, die bereit ist, ihren Partner zu betrügen, äh, weil das würde sie auch, äh, mit dir machen. Genau. Und dementsprechend, also, achte ich schon drauf, ne? So, wen, wen hat man denn da? So. Bei Jutta stand das auch so drin, mit Single. Also, es war sehr ausführlich, das Profil tatsächlich. Also, dir hat eigentlich gar nichts gefehlt, muss man sagen. So, du wusstest einfach alles. Hat das ganze Date an sich ja auch ein bisschen einfacher gemacht. Ähm, aber im Vorfeld haben wir erst mal geschrieben und das ging auch so relativ zack, zack, so von wegen, ja, komm, lass mal treffen und so. Ähm, ja. Dann haben wir uns auch getroffen. Wir, ähm, sind dann, ja, zu so einem Park gegangen. Und, ey, was soll ich dir sagen, Sascha? Also, das, äh, das war eigentlich der Klassiker schlechthin, so, ne? Man hat sich gut verstanden, ist ein paar Meter gelaufen. Ähm, das war so eine, eine Wellenlänge, ne? So, und. Man hat geweibt. Ja, ganz genau. Man hat wirklich geweibt. Und ich muss auch sagen, das ist schon fast so jedes, von jeder Story, die ich erzähle, so, das ist der typische Anfang. Ich hab halt immer so ein, so ein, ich hab die, also bei mir ist so eine Regel, so eine interne Regel für mich selber. Die ersten 15 Minuten, die sind, die sind entscheidend. Wenn in den ersten 15 Minuten, ich merke, dass ich die, also, dass, dass das nicht, dass das nicht matcht so, dass das nicht vibelt, dass das nicht geil ist, dann sag ich das auch direkt, ne? Also, ich bin so ein Mensch, ich hau raus. Also, red ich so, hey. Weiß man auf jeden Fall, woran man ist, ne? Ja. Genau, und das, das verlange ich irgendwo auch, weil ich möchte ja wissen, was so passiert, ne? So, und, und. Stell dir mal vor, eine Person gegenüber erzählt dir die ganze Zeit gar nichts so davon, dass sie dich nicht mag. Und du gibst dir übelste Mühe und sitzt da und ja, und du, und, und willst dann anfangen zu knutschen und dann, ja, ist Kacke, ne? Auf jeden Fall. Ja, dementsprechend, ja, passe ich da halt auf, hab so meine 15-Minuten-Regel und dann sage ich auch ganz ehrlich, wie es ist. Also, es ist jetzt auch nicht so, dass ich nach 15 Minuten dann anfange, den reinzustecken oder so, sondern man möchte ja einfach nur für sich selber auch wissen, passt mir das hier gerade oder nicht und, ja, auch für den Gegenüber halt so eine Klarheit schaffen. Aber nicht jeder hat halt so das Selbstbewusstsein, das direkt rauszuhauen, ne? Und ist dann oftmals zu freundlich, äh, was zu sagen und, äh, ist aber leider doof, wenn man das nicht kann. Ja. Das ist ja auch Zeit, die man, äh, sich selbst auch ersparen könnte. Das ist richtig, ähm, also das ist vollkommen richtig. Aber ich hab halt für mich selber entschieden, so, ich musste abwägen, ne? So, ist es gut, ähm, sich so zurückzunehmen, nicht so, nicht so, äh, frei zu reden und dafür dann vielleicht eine Stunde mit einer Person da rumzuhocken und, ähm, naja, etwas gegen den eigenen Willen machen? Oder trau ich mich jetzt einfach mal zu sagen, hey, an dieser Stelle passt mir das hier alles nicht mehr? Und ich hab mich wirklich dafür entschieden, doch so eine Klarheit zu schaffen. Also, du musst ja auch nicht hingehen und sagen, ey, weißt du was, du bist richtig kacke. Äh, weißt du so, äh, das musst du nicht machen. Einfach sagen, ey, so, du bist zwar nett, aber es vibet halt nicht. Ich hab das Gefühl, dass wir nicht auf einer Wellenlinke sind. Das ist, äh, neutral, aber freundlich, aber bestimmend. Also, direkt und ehrlich. Genau, und das, so mach ich das halt, ne? Dass ich wirklich sage, so, hey, ähm, will dir nur halt sagen, ne? So, hey, ich glaub, das Ganze hier ist, glaub ich, eher was Freundschaftliches. So, und das reicht dann auch, ne? Also, dann muss da keiner rumheulen und, und, ähm, dann kann man immer noch entscheiden, zu sagen, okay, wollen wir jetzt trotzdem noch den Tag verbringen, ne? Also, ein bisschen spazieren gehen und so. Oder je nachdem, wo man halt ist, ne? Wenn du bei der Person zu Hause bist, dann, ey, sipp mir hier noch den Kaffee aus oder irgendwie. Oder du hast halt die Entscheidung getroffen, die dann gleich rauszuwerfen oder so. Also, je nachdem, wie es dann laufen soll, ne? Ähm, aber ja. Also, da war das tatsächlich so, dass wir die 15 Minuten richtig gut rumgebracht haben. Und da ging es auch viel um Privates, ne? Also, so, wirklich kennenlernen. Also, du hast so richtig das Gefühl gehabt, so, ähm, du lernst jetzt gerade eine Person so richtig kennen. Ja. Aber wie der Titel schon verraten lässt, äh, alles jelogen, ne? Alles jelogen. Ähm, ja. Ja, es wurde spicy. Man ist dann irgendwann mal genug rumgelaufen. Ja. Und, ähm, ja, dann saß ich halt bei ihr, Mauro. So, und dann ging das halt ein bisschen hin und her, ne? Wie man das so kennt. So ein Knutschi, dann hier noch ein Knutschi und, und dann mal, ne? Du weißt schon, so ein bisschen Fumli und so. Ja, es wurde heiß. Mhm, mhm. Da will ich jetzt auch nicht so krass ins Detail gehen. Könnte ich, wäre dumm. Aber hat Spaß gemacht mit Jutta. So. Das ist schön. Auf jeden Fall. Und dann war das eigentlich auch so danach, also, war das schon eher nur noch so ein Verabschieden. Ja, ich muss dann auch los und so. Äh. Und ich dachte so, hä, was geht ab? Also, ich meine, das kann ja mal passieren, dass du übelst der schlechte Loverboy bist. Das passiert ja auch mal, ne? Also, nicht jeder kann ja mit dir zufrieden sein, wie du bist. Ne? Kann ja sein, dass das einfach nicht passt. Man ist menschlich vielleicht in Ordnung, aber der Rest ist halt dann kacke. Also, das hat nicht gepasst. Ähm. Na, nochmal. Es kam mir da nicht so vor. Also, wirklich gar nicht so vor. Und... Du hast den Braten schon gerochen. Ich, ja, ich hab gemerkt, da ist irgendwas, da ist irgendwas faul. Das, das kann nicht normal sein. Und, ähm. Ja, eigentlich hätt ich diese Folge auch Sherlock Holmes nennen können, tatsächlich. Oder irgendwie so. Weil, ich geb dann ja auch nicht auf, ne? Ich bin so ein Typ, ich will das dann wissen. Was, was ist los? Ja, klar. Und, ähm. Also, so ein bisschen angesprochen hab ich das. So meinte, so, hey, ist alles okay? Und so. Sie so, ja, ja, alles cool und bla. Und, ähm. Okay. Wir sind dann nach Hause gefahren. Also, jeder für sich. Und, ähm. Der Kontakt wurde nicht weniger. Also, ich hab mir dann gedacht, so, hä, krass. Also, in erster Linie war sie so, okay, jetzt nach Hause. Keine Zeit mehr, so nach dem Motto. Aber, ähm. Dann schreibt sie mit mir ganz normal wieder. Ne, so, hä, was, 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 was passiert hier? Und, ähm. Ja, ich hab dann auch mal geschrieben. Meint so, hey, äh, was war denn da los und alles. Und sie hat gar nichts rausgehauen, ne? Sie meinte einfach nur so, oh, ja, ja, ich musste nach Hause. Hat irgendwas erfunden, ne? So, irgendeine Scheiße. Und da hast du schon gemerkt, so, okay, das stimmt alles nicht. Irgendwas stimmt hier nicht. Ja. Und. Ganz witzig, ich hab mit einer Freundin darüber gesprochen. Und ihr mal das Foto gezeigt von der. Ah, und ich kenn sie. Nein, 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 nein. Okay. Geiler. Das glaubst du jetzt nicht. Ah, jetzt bin ich gespannt. Sie so, ey, die Fotos kommen mir so ein bisschen bekannt vor. Und ich so, okay. Und dann schaut sie so und sagt, ich hab auch jemanden da kennengelernt. So, also über die gleiche Plattform, ne? Ja, ja. Ähm, schau mal, sagt sie. Dann gucken wir so. Und Original. Die Wohnung sieht gleich aus. Aha. Also wirklich sieht das gleich aus. Es sieht zweigleisig gefahren. Männer und Frauen abgegriffen. Oh, wow. Nein, 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 nein. Auf dem Foto von der Freundin von mir war auch ein Typ drauf. Ah. Dann hab ich tatsächlich mal gefragt, ey, kennst du den? Und so ein Foto rausgehauen. Und sie eiskalt, äh, nee, äh, das ist mein Ex. Mhm, mhm. Ich so, okay, und, äh, wie ist das? Wohnt ihr zusammen oder irgendwas und bla? Und sie, nee, 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 wohnen wir nicht und so. Ich sag, ja, aber schon krass, die Fotos, ne? Also, habt ihr zusammen gewohnt? Also, wie ist das, wie sind denn diese Fotos zustande gekommen? Weil das einfach die gleichen Räume waren, die gleiche Umgebung und alles. Und, ja, die meinte halt, die wären nicht mehr zusammen. Ähm, das waren aber Fotos, die zusammen entstanden sind und so weiter und so fort. Und, ja, eine Freundin von mir meinte dann so, ja, also hat den Typen dann auch ausgefragt, ne? Weil sie wollte ja auch mit denen daten und so. Und, ähm, hat ihn so ausgefragt, so, ja, hey, äh, ist das deine Freundin? Ja, und jetzt pass auf. Richtig crazy shit. Er so, ja. Ja, offene Beziehung einfach. Naja, also, ja, wirklich, genau. Die haben eine offene Beziehung geführt. Nur, dass sie das dann den Leuten nicht gesagt haben, die sie treffen. Ja, dumm. Das wäre, wäre ja einfacher für dich gewesen, wenn du von Anfang an gewusst hättest, du, pass auf, äh, für eine offene Beziehung. Ich will nur, ne, knick, knack. Und, äh, dann wärst du wahrscheinlich auch mit Fein gewesen, obwohl du ja eine Dating-App hast, du willst ja jemanden kennenlernen. Aber, ja, erzähl weiter. Genau so. Also, so wie er sagt. Ähm, also hätte ich gewusst, was da abgeht, hätte ich ja ganz anders entscheiden können für mich. So. Normal. Und ich finde auch, als Frau gerade ist es auch deutlich einfacher, glaube ich, zu sagen, so, hey, ich suche nur jemanden zum Shiggy-Wiggy. Ähm, ich glaube, es gibt so viele Männer da draußen, die dann einfach sagen würden, ah ja, okay, komm, machen wir. Ne? Ja. So, ich opfer mich. Ja. Aber, ich glaube, das Schwierigere daran ist, erstmal einen Partner zu finden, mit dem du sowas machen kannst. So was Offenes, ne, so eine offene Beziehung, wo beide Seiten sagen, ey, äh, wir machen, ne, wir machen eine offene Beziehung. Ähm, und das auch wirklich so erlauben. Ähm, ich glaube, dann ist doch, dann musst du doch die anderen Leute nicht mehr anlügen. Du hast doch deinen Partner, weißt du so, wo alles doch läuft. Und dann ist ja jetzt nicht so, dass du auf Krampf jemanden auch finden musst. Also kannst du sagen, ey, ich bin in einer Beziehung, das ist eine offene Beziehung, ähm, ich suche einfach nur so jemanden für meinen Spaß oder keine Ahnung. Es gibt ja auch Leute, die sagen, okay, ich brauche einfach gleich mehrere Beziehungen, ne. Ähm, aber dann muss man ja auch zu denen dann offen sein und ehrlich sein und sagen, so, du, ich habe schon zwei Freunde, ne. Ne, ich hätte voll Bock, dass du meine Nummer drei bist oder so. Ja. Ähm, und dann kann auch die Person halt selber für sich entscheiden. Aber ja, ähm, das hat sie halt alles nicht gemacht und der Witz an der ganzen Geschichte war, dass er das alles so richtig zugegeben hat, sie aber immer dementiert hat. Mhm. Und daraus habe ich mir echt dann irgendwann mal so einen kleinen Spaß gemacht. Und immer mehr gebohrt. Und immer mehr und immer mehr und immer mehr. Ähm, also getroffen natürlich gar nicht mehr mit dir. Ja. Ähm, aber es war halt so dieses, ich habe immer mal gefragt, so, ja, ähm, also ich habe immer mal weitere Stücke so rausgefunden und habe die dann wie so ein, wie so ein Köder immer so mit rausgeworfen. Meinst du, ja, und, äh, ich glaube, seinen Namen habe ich dann auch nochmal genannt und bla, meinst du, hey, ich kenne den doch und so und dies und das. Und du hast einfach richtig gemerkt, wie immer mehr nervös wurde. Also es ist so richtig so, ähm, das war schon richtig gruselig nervös. Ja, Facette weiter aufrechterhalten, ne? Also, wenn man einmal beim Lügen ertappt worden ist oder so, dann wäre es ja eigentlich das Einfachste direkt so zu geben, dann wäre es auch einfacher, aber manche Leute wollen dann das Konstrukt aufrechterhalten. Ja, genau. Sie hat wirklich Angst gehabt, das loszulassen, so, und exposed zu werden, wobei das Thema eigentlich schon durch war. Also ich meine, wenn du schon sowas ansprichst, ich glaube, dann brauchst du auch nicht mehr lange fackeln, ne? Also dann kannst du auch einfach die Wahrheit sagen, weil ich glaube, ab diesem Zeitpunkt, das ist dann, boah, kennst du, wie so eine chemische Reaktion, die eigentlich schon am Laufen ist? Ja, klar. So, oder so eine Zündschnur, die du schon angezündet hast, so, und die ist schon am Laufen, so, und die kriegst nicht mehr aus, so. Und das ist nur noch eine Frage der Zeit, und das war halt auch das Thema. Und, ähm, sie hat einfach, sie hat es einfach versucht, weiter zu retten oder diese Zündschnur weiter auszupusten oder so. Ähm, ja, und irgendwann mal ist sie dann selber auch geplatzt und hat das dann alles zugegeben, aber so richtig. Und, ja, meinte dann auch so, sie ist mit ihm zusammen, aber die wohnen halt auch tatsächlich nicht zusammen, sondern die sehen sich halt immer nur eine gewisse Zeit so, ähm, wenn er wieder zu Besuch ist. Und in der Zeit sucht sie sich halt immer jemanden, ja, mit dem sie so anwandeln kann. Ähm, hat dann aber auch richtig rausgehauen, sie, ja, ich hab mich aber auch übel krass in dich verliebt und deswegen wollte ich nicht, ähm, äh, dir das so erzählen, weil, ne, ich wollte mit dir was anfangen und bla. Und ich dachte nur so, okay, wir haben es einmal gesehen und du hast dich übel krass in mich verliebt. Alles hier, Luian. Diese ganze Story dahinter, da hab ich, das, das hat das alles viel gruseliger gemacht. Ja. Also, ich weiß nicht, wie das bei dir, also ich, also Liebe auf den ersten Blick kenne ich, ne, so, keine Frage. Aber, ähm, sind wir doch mal ehrlich, ne? Generell ist es doch halt so, dass du, also, man braucht doch ein bisschen Zeit, um sich in jemanden richtig zu verlieben. Äh, ja, auf jeden Fall, also richtig, um, also, um zu verlieben safe, dass du dich verguckst, das kann, äh, innerhalb von einer Sekunde passieren. So, dass du denkst, oh, krass, aber, ähm, ja, richtig Liebe oder, also, verliebt sein ist ja schon mit Liebe verbunden, das geht eigentlich nicht so schnell. Das stimmt. Aber, vielleicht, äh, vielleicht sind wir auch nicht fähig, das zu empfinden und das gibt es. Ja, meinst du, so einfach ist das? Äh, ich, äh, auf, äh, auf dieser Welt ist vieles möglich und, äh, äh, das meiste nicht unmöglich, ne? Ja, da hast du recht. Aber, ja, ich, ich fand das schon ein bisschen komisch. Ich hab eher das Gefühl gehabt, sie will noch irgendwie irgendwas retten, was, was nicht mehr zu retten ist. Ja, du bist halt ihr Stück, äh, Steak, was sie gerne warm hätte halten wollen, aber, äh, das Steak, äh, hat sich einfach gedacht, nee, Digga, brate mich jetzt well done und dann bin ich weg. Kannst du mich grad mit dem Steak verglichen? Äh, ja. Okay, ja, ey, cool. Schön saftig. Ah, geil. Ja, ähm, ja, wie gesagt, sie hat, sie hat es versucht durchzuziehen. Ich hab dann irgendwann mal gesagt, nee, komm, scheiß drauf, gar keinen Bock mehr und, ähm, hab sie dann so richtig abgeschossen. Das ist irgendwie auch, äh, ja, nicht, also, das ist auch irgendwie ein cooles Gefühl, wenn man weiß, dass die gegenüberliegende Person, ähm, eigentlich völlig exposed ist und die versuchen dann trotzdem die Facette aufrechtzuerhalten, es ist irgendwie so ein witziges Gefühl, was man hat, so, ne, so nach dem Motto, ach, Digga, mach mir doch jetzt nix vor. Warum, warum machst du das denn jetzt noch? Ja, wobei man die Wahrheit kennt, ne, das ist so. Ja, ja, genau. Ja, das stimmt. Ja, es war auch wirklich, also, ich muss gestehen, ich hätte das ja alles viel schnell abkürzen können, ne, so, äh, weil der Typ hat ja schon zugegeben, was abgeht. Und ich hätte einfach sagen können, komm, du bist der Player. Genau. Also, ähm, ja, wie gesagt, ich, ich hätte einfach durchziehen können, weil ich hatte alles nachher auch schriftlich und so und hätte einfach sagen können, so, hey, guck mal, das und das ist passiert, ciao, ne? Ähm, aber ich, Digga, das ist wahrscheinlich die deutscheste Aussage, die ich gehört hab, gerade von dem Italiener. Ich hab alles schriftlich. Hätte nur noch gefehlt, dass du es dir auch nochmal ausgedruckt hättest in physischer Form. Ja, ich hab das zu den Akten gelegt. Pumno 3B, äh, Zoll der Schrift, bitte. Ist so, true. Ja, also, ich hätte mir ja gewünscht, dass ich da ein Handtuch drauflegen kann auf sie, aber, ähm, ja, schön. Aber ja, hast du recht, das war schon sehr deutsch gerade. Aber ja, siehst du, dann hat die Integration ja geklappt. Wollte gerade sagen, voll integriert, hast bestanden. Ja, siehst du, ja, nur noch die Hymne aufsingen und dann haben wir alles doch durch. Genau. Ja, auf jeden Fall, ähm, ja, ich hab das so ein bisschen, dann natürlich so mitgemacht, ne? Also, ähm, und wollte einfach mal wissen, wo das hinführt. Und ja, dann, wie gesagt, hab's aufgelöst, hab gesagt, nee, ich hab keinen Bock mehr. Sie hat dann noch ein bisschen so rumgeheult, so nach dem Motto, ne, verliebt und bla und bla. Und Jahre später, ähm, ist es mal dazu gekommen, dass wir mal miteinander geschrieben haben. Ja. Weil, witzigerweise, hatte ich die halt noch in meinem, in meiner WhatsApp-Liste. Mhm. Und, hat eine neue Freundin gehabt und so, die sind das, mal, wollte ein bisschen auffräumen, ne? Ja. So, ähm, war doch ein kleiner Pinscher noch, ehrlich gesagt. Auf jeden Fall, äh, ich so reingeguckt und denke so, wer ist das? Gar keine Ahnung mehr gehabt, wer das ist, so. Und, ähm, mal kurz angeschrieben und, kennst du so beide, also sie wusste auch nicht, wer ich bin, so. Und irgendwann so beide so, oh, da war ja was. Da klingelt was. Genau. Und, ähm, ey, ja, krass, also, ähm, wir haben uns mal ein bisschen ausgetauscht dann, ne? So, ähm, sie hat dann erzählt, sie ist irgendwo anders hingezogen. Ähm, also wohnte gar nicht mehr da, wo, ne, ich wohne halt in der gleichen Stadt. In Phantasien. In Phantasien, genau, also ist, also sie ist dann, äh, ja, also wirklich weiter weg. Ja. Und, ähm, ey, ist, das ist krass. Ist auch, glaube ich, wie ich das verstanden hatte, gar nicht mehr mit diesem Typen da zusammen. Ähm, lebt echt komplett so ein ganz anderes Life. So, ähm. So, ähm. So, ähm. So, ähm, das habe ich jetzt nicht gefragt, aber, ähm, man weiß es nicht. Auch auf jeden Fall, ähm, also wirklich nicht mehr so wild wie vorher, ne? Also, man, also manchmal merkt man das ja auch einfach an diesem Lebensstil, so, wenn du so Fotos siehst und so. Ich habe gedacht, die wäre so eine, weißt du, so eine Bauernfrau, so, die dann nachher ihren eigenen Käse macht oder so. Oder die eigene Butter noch schlägt. Ähm, so, so sah das aus. Kennst du die eine, die immer ihre eigene Butter und ihre eigene Schokolade macht und so? Oh, Digga, also, äh, ich kenne, äh, Frauen, die, die vieles selber machen, aber jetzt, äh, dass ich jemanden kennengelernt habe, der seine eigene Butter schlägt, äh, nein. Es gibt so, aber ich glaube, da gibt es so eine, die macht richtig so, ja, und dann habe ich für meinen Mann erst mal so eine Lieblingskekse gemacht und dann erst mal die Butter gemacht und dann habe ich das Mehl gedingstet und, und, boah, die ist ja richtig krass drauf. Das, boah, ist das nicht übel zeitaufwendig? Also, eine Butter selbst schlagen? Ja, nö, das geht noch. Aber Schokolade herstellen ist auf jeden Fall aus Kakaobohnen? Ja. Jesus im Himmel, ey, da muss ja, da sitzt ja Stunden. Also, das ist ja, nee. Ich schicke dir mal nachher so ein Video davon, das ist echt einfach so witzig. Ich habe auch erst mal gesagt, das wäre so ein Witz oder so, ne? Also, kennst du diese ganzen Meme-Geschichten so, dann, aber nein, die meint das, also, das ist schon ein ernster Kanal irgendwo. Also, witzig nehmen sie sich wahrscheinlich selber auch, aber ja. Auf jeden Fall kommen wir zurück. Ja. Zu der anderen Buddhaschlägerin, ne? Also, sie hat sich komplett geändert und so. Und ich hatte sie dann auch eine Zeit lang noch bei WhatsApp drinnen und habe so ein bisschen die Storys so verfolgt. Das ist total witzig, wie sich ein Mensch komplett, also, auf links drehen kann, ne? Also, das war komplett anders. Ja, man sagt ja, alle sieben Jahre verändert sich das, oder der Wesenskern eines Menschens, ne? Das ist so. Das gehört dazu. Ja, das stimmt. Wobei ich sagen möchte, manchmal hat man sich selber ja echt gut gefunden. Dann wäre es, glaube ich, schade, wenn sich das nochmal ändert. Man reift denn nur noch. Ja, das wäre gut, aber Veränderungen gehen ja oftmals auch in beide Seiten. Also, du kannst dich ja zum Guten ändern und dann ja auch wieder zum Schlechten, ne? Ja, das stimmt. Du musst halt selber dran arbeiten, das halt zu halten. Wobei das auch wieder so ein Ethik-Thema ist, was ist gut und was ist schlecht, ne? Also. Oh, da können wir einen Fass aufmachen, das würde für 30 Folgen nicht reichen. Ja, das glaube ich auch. Also, da kann man, glaube ich, Ewigkeiten darüber diskutieren. Dann so, einmal ist es ja auch noch so, es ist ja auch eine Meinungssache, ne? So, was man selber auch gut findet und alles. Ja, absolut. Empfindung, sehr viel Subjektives auf jeden Fall. Ja. Aber zurück zur Butterschlägerin. Genau, die Butterschlägerin Jura. Jura mit der Butter. Scheiße. Ja, sie hat, also wie gesagt, anderes Live und so. Und ich habe mir das noch ein bisschen so mitgegeben. Um das mal so zu verfolgen und so. Und habe dann irgendwann mal sie auch gelöscht. Ähm. Ach, die hat nichts mehr, ne? Aber sie hat selber eine Freundin gehabt, so. Sie hat auch einen Freund gehabt. Ähm. Und das ist ja auch witzig, so. Die hat dann davon selber erzählt, ne? So, hey, ich habe da jemanden kennengelernt und so. Und wohne jetzt da und da. Und, ja, krass. Also, sie hat jetzt nicht den Kontakt abgebrochen. Aber ich wollte das für mich halt so, ne? Ähm. Ja. Und das war's eigentlich. Hat deine Freundin mitbekommen und dir die Hölle heiß gemacht? Nö, überhaupt nicht. Mit anderen. Nö, nö. Da, so war die gar nicht drauf. Okay. Die war da, also. Ähm. Ich glaube, die, also. Das ist eine andere Story eigentlich. Aber das kann ich mal kurz ein bisschen spoilern. Die hat immer gesagt. Ähm. Ich vertraue dir. Und sowas würdest du nie machen. Naja. Und ich habe mich dann immer so ein bisschen gefühlt wie der treu-daufe Typ. Weißt du, wie ich meine? Mhm. So, dieses. Das ist ja auch schon fast wie Manipulation. Jemand zu sagen. Nö, nö. Ich weiß, du machst sowas nicht. So nach dem Motto. Kann dir gar nicht passieren. Bist ja nicht so ein toller Hengst oder so. Weißt du? Na, oder. Also. Das ist natürlich jetzt schon sehr spekulativ. Spekulativ kann ja auch einfach wirklich sein, dass sie dir wirklich vertraut. Aber du kennst natürlich, deine Ex-Freundin bedeuten besser als ich. Und kannst das einschätzen, ob es manipulativ gemeint ist oder nicht. Ja, es hat sich zumindest sehr. Aber ich finde, wenn es so um Vertrauen geht, wahres Vertrauen musst du nicht anteasern. Also da musst du nicht sagen, ich vertraue dir, sondern das ist einfach da. Genau, das wollte ich eigentlich damit sagen. Also, ähm, sie hat das bedeutend oft auch gesagt, ne, so, ähm, und ich hatte irgendwie das Gefühl, als ob das so eine Ablenkung vom eigenen Wesen ist. Weißt du, was ich meine? Ja. So, ähm, das immer wieder zu sagen, nee, nee, ich vertraue dir, damit es so unterschwellig so ist wie, ja, ich dir auch. Ähm, und so hat sich das auch wirklich angefühlt, ne? So dieses so, immer so ein bisschen lenken, aber so von hinten rum, so richtig so aus dem Off. Und, ähm, ja. Ja, also, deswegen, also, sie hatte recht damit, ja, ich bin treu, keine Frage. So, aber, ja, es hat sich halt wirklich, also man hat sich auch selber, kennst du so, man fühlt sich dann auch selber so ein bisschen so, ey, die ist sich so, so hardcore sicher, dass man nichts machen würde. So nach dem Motto, so, hab ich einfach keine Chancen bei anderen oder so. Also, so, auch dieses Gefühl gegeben, ne? So nach dem Motto, äh, nicht, weil sie mir vertraut soll, weil ich es einfach nicht kann. Das Gefühl hat sie dir gegeben? Ja. Ach, das ist scheiße. Ja, da war das, also, da war ja auch nie irgendwas so richtig, also, kennst du das, wenn du eine Beziehung hast, so, ähm, und du haust einfach mal auch zwischendurch mal raus, so, ey, boah, du siehst aber heute richtig schick aus, ne? So, also auch ernst gemeint, so dieses, so, keine Ahnung, Freundin hat sich irgendwie mal was angezogen und du guckst sie dir an und denkst einfach nur, boah. Ja, klar, das, das kennt man auf jeden Fall. Das ist nicht so ein Ding, was du jeden Tag hast, ne? Du findest zwar jeden Tag deine Freundin hübsch, aber es gibt halt nochmal so besondere Tage, wo du sagst, wow, ey. Und da hat man so auch diesen Drang, das auch mal so zu sagen, oder? So, so richtig so rauszuhauen, was nicht bedeutet, dass man seine Freundin sonst nicht hübsch findet, aber ich glaub, du kannst verstehen, was ich meine. Ich weiß, was du meinst. Genau. Auf jeden Fall, also bei meiner Freundin ist es beispielsweise so, die, wenn sie sich die Haare abends, äh, wenn sie geduscht hat und keine Lust hat, sich die Haare zu föhnen, dann flechtet die sich die und geht damit dann ins Bett, damit die nicht so wüst aussehen. Und wenn sie dann morgens aufwacht und die Haare trocken sind, dann sind die wellig und ich liebe wellige Haare, also so leicht lockig. Dann sag ich auch immer, oh, das sieht so schön aus. Kennst du, dann sind die da einmal am Glätten? Ja, ich sag dann auch immer, lass das doch mal. Und dann sagt sie aber immer, ich seh aus wie Hagrid. Ich sag, nee, du siehst nicht aus wie Hagrid, du siehst gerade aus wie eine Elbin, Alter, wunderschön. Ja, ja, ich kenn das Problem, ey, ich sag das auch immer und dann, äh, die Frauen immer so, nee, ich muss das glätten. Oder die, die geglättetes Haar haben, oh nee, ich will unbedingt Glocken drin haben, denkst du so, hä? Ja, du, das Gras bei den Nachbarn ist immer grüner, weißt du doch. Richtig, ich mein, als Mann bin ich da auch nicht anders. Ähm, ja. Ich wünschte mir auch gewisse Sachen, die ich jetzt nicht habe, ähm, aber so ist es halt immer bei jedem, glaub ich, ne? Man hat immer irgendwas, was man an sich selber vermisst oder besser hätte und, ja, ist normal. Ähm, ja, aber wie gesagt, also, ne, es gibt ja dieses so, man sagt so, hey, äh, ich find dich mega hübsch und bla. Aber, und sowas zum Beispiel hatte ich bei der dann nie, nicht einmal. Also, das, ähm, nur weil ich es mir angesprochen habe und meinte so, hey, ähm, du sagst mir nie, ob du mich mal, äh, gut aussehen findest. Und dann kennst du so dieses so, zwei Minuten später so, oh, du siehst richtig gut aus und denkst so, hä? Ja, das muss sie jetzt machen, das muss sie jetzt machen. Genau, er läuft den ganzen Tag so rum und nach dem Gespräch drei, vier Minuten später fällt dir das auf? Nee, das ist, das ist fake, ne? Ja, absolut. Und deswegen, also, das meine ich halt damit und deswegen glaube ich auch, dass das nie so alles da ernst gemeint war und auch so ein bisschen hintenrum, ne, mit diesem, ne, du würdest das nicht machen, bei dir hab ich vollstes Vertrauen. Weil sie wollte sich das, glaube ich, selber einreden, ne? Oder so, ja. Dass du ihr vertrauen kannst. Genau, ich glaube, ja, dass... Weil sie dir ja so ein großes Vertrauen schenkt, ja, ja. Genau, genau. Weißt du, so ein bisschen so dieses Manipulieren so, ey, ich sag ja schließlich auch, ich kann dir vertrauen, also musst du mir jetzt auch vertrauen, so, ne? Ja. Also, es hat sich sehr komisch angefühlt. Und, ähm, ja, weiß ich nicht. Wenn du jemandem vertraust, dann kannst du dem das einmal sagen und musst es nicht eigentlich jeden Monat wiederholen. Man braucht es eigentlich gar nicht wiederholen. Also, was es das angeht, bin ich der Meinung. Ich bin auch nicht der Typ davon, das jedes Mal zu erwähnen oder überhaupt zu erwähnen, weil, wenn ich doch jemandem vertraue, dann tue ich das ja, ne? Also, ich muss der Person das ja nicht unbedingt aufs Auge binden und sagen, ne? Also, weiß nicht, also, ja, klingt alles sehr komisch. Ja. Wobei, halt solche Sachen wie mit, hey, heute siehst du toll aus, sagt man ja auch, ne? Man sagt ja auch nicht, ja, für mich sieht die toll aus, das reicht ja. Das sind so... Das sind zwei ganz unterschiedliche Paar Schuhe, also... Ja. Ich finde, das sind richtige Komplimente, ne? Also, ähm, die kann man raushauen. Und es ist aber kein Kompliment, was ja viele vielleicht denken könnten. Zu sagen, ich vertraue dir. Das ist irgendwie... Das ist irgendwie was anderes. Kann auch ein Kompliment sein, aber wie wir ja schon sagten, das muss man nicht sagen. Das ist einfach so ein, äh, wie nennt man das? Äh, Stil-Agreasement oder so? Also, nennt man das so? Keine Ahnung. Also, so ein stillschweigendes Annehmen? Ich bin einfach ein halber Opa. Ich, so einige Wörter, die heutzutage da rausgehauen werden, die... Äh, ich, ich bin froh, dass ich überhaupt weiß, was ein Talerhorn ist. Ja, ey, Digga, ich wollte gerade sagen, weil, äh, ich weiß, ich weiß zumindest, was ein Talerhorn ist. Das scheint momentan das Wichtigste auf der Welt zu sein. Ja, ist so. Wirklich, ne? Also, das... An jeder Ecke hörst du das und, äh... An jeder Ecke siehst du Talerhorns. Das ist doch krass, oder? Ja. Aber ich, ich hab... Vor allem bei dir in Phantasien gibt's echt viele Talerhorns. Ja, das stimmt. Bei mir hier im Nimmerland geht's ja noch, aber... Krass, oder? Ja. Also, gerade so auf Dörfern geht's wirklich noch, ne? Ja, wir sind eine Kleinstadt, aber, aber, ähm, hier, hier geht's tatsächlich noch. Also, aber ich wohne ja nicht weit weg von Phantasien und, äh, je näher man, äh, dem Zentrum von euch kommt, äh, desto mehr sieht man auf jeden Fall. Ja, das... Also, hier ist wirklich toll. Aber es gibt, ähm, ähm, es gibt noch schlimmere Städte tatsächlich. Ja. Da gibt's... Das kann ich mir... Berlin, beispielsweise. Ja, absolut. Frankfurt. Am Main, natürlich. Ja, ich glaub, da sind die auch geboren. Ja, da... Da ist so ein Riss in... Oder ist so... Da muss doch so ein Riss im Boden sein, dass die alle rausgekommen, oder? Ist so. True. Da werden die auch irgendwie so ein bisschen geformt und dann verteilen die sich immer hin, oder so. Keine Ahnung. Vom Taler-Hohengott. Aus Taler-Hohnien. Ja, also... Krass. Aber es... Wie dumm dieses Gespräch sich jetzt entwickelt hat. Wow. Ja, ne? Von Liebe und dies und das zu... Ja, totaler Hohns. Ja. Aber davon lebt, glaub ich, ein Podcast. Ich hab auch gesagt, wir machen so eine Short-Story. Jetzt hatten wir die trotzdem eine halbe Stunde rausgehauen. Ähm, und dann quatschen wir mal so ein bisschen durch, was man dann so hat. Also ich finde, man kann auch richtig gut versinken, ne? Ähm, wenn du jetzt hier wärst, ich hoffe ja, das holen wir auch mal nach, ne? Dass du mal ins Studio kommst. Ja, safe. Ähm, und vielleicht dann auch wirklich mit Video, ähm, das wär noch viel geiler. Ähm, denn darauf arbeiten wir ja im Moment gerade hin, dass wir jetzt alles so ein bisschen mit, mit so, mit Webcams und so alles aufnehmen. Und, ähm, dass die Leute, also die Datelinge hier auch mal ein bisschen was zu sehen haben. Ähm, ich glaub dann, man kann versinken. Ich hab auch mit anderen Leuten hier gesessen, auch in so einem Collabcast. Also Collabcast ist, wenn wir mehr als zwei Leute sind. Mhm. Ähm, da kannst du Stunden hier sitzen und reden. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Und wenn du nebenbei auch noch ein Bierchen oder ein Weinchen trinkst, also keine, keine, soll jetzt keine Werbung für Alkohol sein, trinkt keinen Alkohol, Leute. Aber, äh, dann kommt man noch mehr in den Redefluss und dann, ja, ja. Ja, absolut. Also, und dann haust du auch richtig einen nach dem anderen raus, ne? Also, und dann wechselt auch das Thema richtig krass. Also, ich, ich liebe das. Das, das macht einfach Spaß. Also, auch hier so zu quatschen an sich. Ich, ich, ich finde, das sind auch Dinge, die wir Menschen viel zu wenig machen. So, ähm. Reden? Ja. Finde ich wirklich. Also, viele Leute. Wir schreiben mittlerweile mehr, ne? Äh, schön WhatsApp, einfach mal am Handy rumhängen. Ja, genau. Oder mal eine Sprachnachricht, wenn es mal sein soll. Und wenn man sich dann trifft, ist man trotzdem am Handy oder macht andere Dinge. Ähm, aber so richtig mal, also, jetzt ernsthaft. So, dieses, sich mal in den Garten setzen mit einem Bierchen an einem Feuer. Ähm, das ist so selten geworden bei den Menschen. Ja. Dieses miteinander quatschen, so. Also, so einfach frei sein, so, das, das ist da nicht mehr. Klar, die setzen sich ans Feuerchen und die grillen bestimmt auch mal zusammen. Ähm, aber das ist nicht so dieses aufmerksame Zuhören und miteinander quatschen, sondern eher so dieses, ja, nehmen wir kurz noch auf Insta oder Facebook irgendwelche Sachen wegswipen, so. Ähm, und sich anschauen und gegenseitig senden. Aber es ist nicht mehr so, ich sag mal, ähm, konzentrierte Gespräche. Jetzt gerade wir beide sind ja auch aufeinander konzentriert, so, ne. Ähm, würde ich wahrscheinlich auch nochmal, weil, weil das so dein, dein erster, äh, deine erste Folge bei uns jetzt ist, so. Und, ähm, man hat ja so ein bisschen Anspannung, will man nicht was falsch machen oder weiß gar nicht, was man sagen soll und so. Und man ist konzentriert, so, ähm. Ist mir tatsächlich völlig egal. Also, wenn ich, wenn ich, äh, wenn ich, äh, wenn ich misstlabere oder mich verhaspel, so, ich, dann ist das halt so. Dann hab ich das Problem, ne? Ja, genau. Dann hast du das Problem, genau. Ja, dein Podcast. Das ist, das ist, das ist, ich, ich, ich ruinier deinen Podcast, genau. Damit ich, ich labere einfach scheiße und der Rest ist mir egal. Ja, aber generell hört man das ja so, dass man bei einigen Sachen sich ja so ein bisschen konzentriert, ähm. Aber die Konzentrationsfähigkeit, die ist einfach durch, äh, Social Media nachweisbar, ist die kaputt gegangen. Also, die Aufnahmespanne von Jugendlichen ist drastisch gesunken. Deswegen sind ja auch diese Shorts so gefährlich, weil du deine Aufmerksamkeit auf, äh, maximal 30 Sekunden lenkst. Und wenn in diesen 30 Sekunden nicht irgendwas wirklich Spannendes passiert, äh, dann, dann, äh, lässt die Konzentration nach. Und das ist leider großes Problem, meiner Meinung nach. Deswegen hab ich ja auch keine, ähm, Social Medias außer WhatsApp, wo ich halt schreibe. Aber ansonsten TikTok, Instagram und so, alles, ne, bloß nicht. Ja, das, da sprichst du was an. Ich find's auch mega krass, was da so mittlerweile passiert. Und was du gerade gesagt hast, kann ich auch vollkommen nachvollziehen, ne. Man ist ja selber so am Swipen bei Insta, diese, diese Reels. Und, ähm, wenn so ein Video echt zu lange dauert und, und du kommst nicht zum Punkt, ne, boah, swipe ich weiter. Gar keinen Bock mehr. Ja. So, ähm. Aber andersrum so, man ist irgendwie gefangen da drin. Also wirklich, ne, du sitzt dann da manchmal und verlierst richtig die Zeit. Also, ähm, wirklich jetzt mal so eine Stunde vielleicht so am, am rumdödeln mit diesem Handy. Und jetzt überleg mal, was du in einer Stunde sonst hättest du alles machen können. Ja, und dann, jetzt stell dir mal die Frage, die ehrliche Frage an dich selbst. Was bringt dir das? Also, was gibt dir das? Ernsthaft jetzt? Ja, nur Entertainment, ne. Das ist nur Entertainment und, ähm, Zeit rumbringen. Und, ähm, es ist ja nicht mal Bildung oder so. Also, würdest du... Aber es ist... Ja? Nee, Entschuldigung, erzähl du erst. Ich würd's an... Also, wenn diese Stunde komplette Bildung wäre, dass du dir da so wirklich Fakten oder so reinschraubst, wäre das ja was anderes. Ja. Aber das ist ja teilweise wirklich nur so Pale-Videos oder irgendwelche Witze-Sachen. Ne, also, das ist ja nichts Ernstes. Ja, genau, das ist es halt. Also, es ist so belanglos, so oberflächlich alles irgendwie. Ja. Ja. Aber so sind wir mittlerweile, ne. Also, da sind wir halt gestrandet jetzt. Ja, können wir nicht wieder lieber zurückrudern? Also, ich mein, wir beide sind ja noch Generationen, die ohne Handy Kindheit erlebt hat und so. Das war doch geil. Ey, also, das war mega geil. Ich hab, ähm, vor kurzem war das mal wieder so einen Film gesehen. Ähm, da ging's genau auch so ein bisschen um dieses Thema. Ich weiß leider gerade nicht, wie der heißt. Aber es waren so jugendliche, so Kids, so. Das war auch wirklich so eine, ähm, wo hat es gespielt? Ich glaub, 1980 oder 1990, so in dem Dreh waren die Kids. Ja. Ähm, vielleicht auch ein bisschen früher noch. Ich kenn's, das kann auch 1960 gewesen sein. Auf jeden Fall haben die sich da fünf zu sechs getroffen und haben dann da irgendwelche Baumhäuser gebaut und dies und das. Also, so richtig so noch so was zusammen gemacht. Ja, normal. Und, ey, daran hab ich mich so ein bisschen auch durch diesen Film halt zurückerinnert und gedacht, wie unbeschwert unser Leben war. Ähm, ja, Mann. Weil wir damals schon, also, wenn ich es heutzutage sehe, dass viele Pärchen ihre Kinder mit Handys füttern, ne, damit, damit die halt ihre Ruhe haben, ähm, ist erschreckend, weil wir früher ganz andere Dinge gemacht haben. Ähm, und viel mehr Miteinander waren alle Menschen so. Also, da hab ich zumindest das Gefühl, es kann ja auch sein, dass ich das jetzt nur so empfinde. Ähm, aber mir kam's so, oder kommt es so vor, als ob ich früher so, dass das alles unbeschwerter war und heute, ähm, die Kids eher auch so ein bisschen mit diesen, ja, ganzen Elektrosachen so herangezogen werden. Wobei ich das auch irgendwo ein bisschen verstehen kann, weil man wirklich heutzutage weniger Zeit hat. Also. Ich bin mir gar nicht so sicher, ob wir wirklich weniger Zeit haben oder ob wir uns nur selber das Gefühl suggerieren, dass wir weniger Zeit haben. Weil, ähm, dadurch, dass wir so nonstop mit allem verbunden sind, ähm, oder verbunden sein können, ich meine, es ist heutzutage ein leichtes, äh, ans andere Ende der Welt zu telefonieren. Gut, das war es damals auch. Telefon, Telefon hatten wir ja damals auch schon. Aber es wird ja, die Welt wird immer kleiner, weil alles immer schneller wird und so weiter und so fort. Und ich glaube, durch diese rasante Entwicklung haben wir einfach das Gefühl, dass die Zeit, ähm, dass wir immer weniger Zeit haben. Es ist ja auch so, wenn wir Pakete bestellen, wie ungeduldig sind wir. Früher haben wir eine Woche auf ein Paket gewartet und das war okay. Heutzutage wären wir nervös, wenn wir, äh, zwei Tage auf ein Paket warten müssen. Oder keine Same-Day-Lieferung bekommen. Ja, genau. Ja, zum Beispiel. Das ist es. Und das ist, äh, also, gesellschaftlich, finde ich, ist das ein Problem. Ähm, aber, ja, ob wir es lösen werden, glaube ich nicht. Also, höchstens, wenn die KI irgendwann so intelligent ist und erkennt, oh, scheiße, äh, ich schade der Menschheit eigentlich viel zu sehr. Ich zerstöre mich mal selber. Ja, hoffen wir, dass das maximal dazu führt und nicht, dass die dann denkt, okay, die Menschheit schadet mir. Ja, die Menschheit schadet sich selber, ich hoffe, die Menschheit muss. Alles klar, Terminator, John Connor, bin dabei. Ähm, das wäre schon schlimmer. Aber ja, genauso habe ich auch das Gefühl, früher war das, ähm, alles ein bisschen langsamer. Wollte ich damit auch sagen, also generell habe ich das Gefühl, dass wir heutzutage, zu viel auch uns vornehmen, so zu machen, ne, also, ähm, ja, dadurch, dass es ja so viele Möglichkeiten gibt, machst du einfach auch viel mehr. Und früher war das ja, glaube ich, also, glaube ich, war das alles ein bisschen ruhiger und weniger los, ne, also, es gab nicht so viele Möglichkeiten. Auch wenn du einen Film gucken wolltest, also, das war ja alles ein Highlight. Mittlerweile kannst du Filme auf dem Handy gucken und so. Ja, wir sind ja auch so sensationsgeil geworden, dadurch, dass wir halt, äh, alles auf dieser Welt sehen können, äh, ist für uns so vieles so einfach und so normal geworden. Also, ja. Ne, also, das ist einfach so. Ich fand, das beste Beispiel war, ähm, ähm, du guckst ja bestimmt auch, äh, Seven vs. Wild. Äh, ja, also, die ersten zwei Staffeln, die dritte habe ich schon nicht mehr richtig geguckt, weil irgendwie ich da aus dem Weib rausgekommen bin. Aber, ja, ich mache ja selber das Hobby, aber schon deutlich vor Seven vs. Wild am Rande angemerkt. Ähm, die erste Staffel, da haben die das sehr gut thematisiert, fand ich. Ähm, da hat man es richtig gemerkt, dass sie da so ein bisschen, also, dass ihnen das auch schwer gefallen ist, ne, und so, dass sie da so richtig abgesackt sind. Ähm, man muss sich mal vorstellen, es waren keine sieben Tage, wo die damit schon angefangen haben, da rumzuheulen. Und früher hatten wir einfach kein Handy. Eigentlich nach zwei Tagen haben die schon, äh, angefangen so, ne. Und ich finde, das ist, das wirkt so ein bisschen wie Entzugserscheinungen. Auf jeden Fall. Also, ich würde auch sagen, dass wir alle handysüchtig sind. Und einschließlich mir, obwohl ich selber keine Social Medias hab. Ja, aber alleine schon dieses Handy mittragen, oder kennst du dieses, man erschreckt sich, wenn man das Handy mal in die andere Hosentasche gepackt hat, so. Ähm, so, oh Gott, wo ist das so? Und ich glaube, dass es nicht der Verlust an sich ist, von wegen, ich hab mein Handy verloren. Und auch so ein bisschen diese Angst zu haben, es wirklich verloren zu haben, nur hast du das jetzt nicht mehr, ne. So, ähm, ähm, also, ich, ja, ist krass. Ist irgendwo sehr krass. Ähm. Bedenklich. Ja, also, das macht mir auch ein bisschen Angst. Ich hatte mal vor drei Jahren, äh, durch einen doofen Zufall, ähm, über eine Woche kein Telefon. Also, ich glaub, sogar fast zwei Wochen, zehn Tage oder so. Und, ähm, die ersten drei, vier Tage waren ganz, ganz schlimm. Also, ich hatte wirklich das Gefühl, ich bin völlig abgeschnitten von der Außenwelt. Alleine schon, weil ich mit meinen Freunden nicht schreiben konnte. So, also per WhatsApp, ne. Und, äh, irgendwann hat sich das aber eingependelt. So, und irgendwann hab ich dann eigentlich gedacht, also, im Prinzip braucht man kein Telefon. Also, vor allen Dingen nicht hier in, äh, in, in Deutschland, so. So, und wer denn sagt, so, ja, aber wenn man ein Notfall ist. Digga, du, du stellst dich hier auf die Straße, es fährt alle zwei Minuten ein Auto an dir vorbei. So, du kannst einfach anhalten, wenn was ist. Den, also, den Passanten und sagen, so, ey, ich hab hier einen Notfall, ich brauch mal ein Telefon oder so. Ähm, das ist, eigentlich braucht man's nicht. Aber, ja, es ist wie mit so vielen Dingen, ne, die man eigentlich nicht braucht, aber trotzdem hat. Ja, auch ein bisschen schwierig, ähm, zu sagen, ja, eigentlich braucht man's nicht, wenn man jemand anderes fragen kann, ob er, dann hat der ja aber ein Handy. Weißt du, was ich mein', also, dann, also, da verlässt du dich dann ja auch irgendwo auf andere Leute. Aber ja, früher, ich mein', einige kennen das noch, die Telefonzellen, ne. Ja, eh, safe, eben. So, früher in gelb, ne, so, man kennt ja heutzutage nur noch aus historischen Gründen die Dinger in, in England, in Rot. Ähm, aber... Von historischen Gründen, ja. Ja, ist ja so. Wir hatten sowas auch hier in Deutschland und, ähm, da waren sie gelb. Ja. Aber das wissen viele teilweise auch gar nicht. Also, ich hab mal wirklich jemanden getroffen, der sagt ja dann so, diese, diese rote Telefonzelle da in, in, ähm, in, in England da, ne, so, oh ja, da ist noch so eine, so eine Telefonzelle, boah, voll geil, bla. Und ich so, ja, hä, was denn daran sowieso, gab's doch hier in Deutschland auch. Wie? Hä? Ich dachte, boah, das ist jetzt nicht dein Ernst. Ja. Also, das kann jetzt nicht sein, diese Frage wirklich aus, aus, aus dem, aus dem tiefsten, ähm, ich so, wie? Also, hä, ja, normal. Ich hatte mich gerade nach, nach 2005 geboren. Ja, nee, nee, gar nicht. Ich glaub, ein 2000er Kind. Okay, weil 2001, glaub ich, wurde die letzte abgestellt, bin mir aber nicht ganz sicher, kann auch Blödsinn sein. Keine Ahnung, aber, ne, also, boah, ich, ich find's krass, also, ich find's wirklich krass. Glaubst du, dass die, diese gelben Dinger waren ja von der Post, ne? Ja, genau. Die, die ersten Telefonzellen. Dann gab's die ja so ein bisschen so in Grau, äh, äh, rosa mäßig so, äh, von der Telekom. Ja, richtig. So, so silberne Dinger da und dann, oh, miesen Knippels da. Das war schon witzig. Oh, was wir für Telefonstreiche teilweise gemacht haben. Ja, True einfach reingerannt und dann irgendwelche Leute angerufen, das war's, weil das ist ja anonym. Genau, und dann gab's ja noch diese, diese, kennst du noch diese, diese, ah, wie heißt denn das? Ähm, du konntest jemanden anrufen. Also, du musst den Anruf annehmen. Ähm, dann wird er für dich bezahlt. Ah, oh ja, das ist Betrug, Digga. Also, streng genommen ist das Betrug. Nein. Wobei, er muss das ja bestätigen. Genau, also, du musstest eine Nachricht reinsprechen, so von dir, so, hey, ich bin's, also, du konntest dann sozusagen unterwegs sein, kein Geld mit haben und konntest mal Mutti anrufen und sagen, so, hey, ich bin's, dein Sohn und Mann. So, und dann konntest du entscheiden, das halt, äh, äh, anzunehmen, dann mussten die aber auch dann das Gespräch bezahlen, ne? Und dann konntest du ganz normal telefonieren, also so, dass du nicht immer mit Kleingeld da reinlaufen musstest und das reinschieben musstest und dann kannst, kannst du halt auch, oder wenn du eine Freundin hattest, ne, kannst du einfach auf easy, ähm, raus und da telefonieren, so, ne? Ähm, aber auch da gab's dann manchmal so Fake-Anrufe und dies und das und haben Leute dann einfach so dieses Telefon angenommen. Ich hab auch einmal so, als, da war ich jugendlich und so, dann hat auch jemand irgendwas gesagt, so bla bla und ich hab einfach gesagt, ja, ich übernehme das Gespräch, so, und dann war einfach stille gegenüber und war ich, keine Ahnung, 20 Pfennig los oder so, ähm, war jetzt auch nicht so mega teuer, ne, aber, ähm. Ey, damals hatten wir ja noch Pfennig, stimmt, Marc. Ja, genau. Pfennig, also, viele reden immer von Marc, ne, aber vergessen auch den Pfennig dann. Ja, ist so, true. Damals konntest du mit 50 Pfennig konnten wir 8 Brötchen kaufen. Überleg mal. Heute kostet 50 Cent ein Brötchen. Äh, kannst du lieber nochmal drüber nachdenken, was du mit einer Marc beim Schwimmbad für Süßigkeiten-Tüten bekommen hast? Digga, auf safe. Eine Marc und dann, äh, zu so einem Kiosk hin und du hast eine Tüte deines Lebens bekommen. Du warst, du warst money rich, Digga. Und wenn du Freunde mit dabei hattest, du warst der King, wenn du, wenn du so eine Süßigkeiten-Tüte für einen Euro hattest, weil du hast safe ja sowieso schon mal alles drin, was der Kiosk angeboten hat an Süßigkeiten. Und du hattest das, glaube ich, 3-, 4-fach. Und alle klebten dir an dieser Tüte und wollten alle so ein Snacky abhaben. Ist so. Das war krass. War, war eine geile Zeit. War eine geile Zeit. Das, ich werde jetzt auch melancholisch. Ich merke das gerade richtig, wenn ich so an die alte Zeit denke, so, boah. Ist schon doll, ne? Oder? Ja. Ja, safe. Ach, so, aber, ja. Na, hat das auch alles anders geschmeckt, habe ich immer das Gefühl. Ach, Mann, ey. Ja, weil, weil die damals auch noch viel, viel mehr, äh, mit Chemie und Geschmacksverstärkern rumgeballert haben, das ist ja heutzutage, was es das angeht, hat sich das ins Gute oder ins Bessere entwickelt, ne? Absolut. Dass nicht mehr so viel Müll in, äh, in den ganzen Lebensmitteln und so ist. Das stimmt. Also, wo wir bei dem Thema sind, es gibt nicht nur Schlechtes. Ja, das stimmt. Ja, gut, wäre jetzt auch ziemlich doof, ne? Ähm, ja. Aber ja, hast du recht. Ähm, oh, jetzt so eine Süßigkeitentüte von damals, ey. Crazy. True. Ja, ähm, wir sind jetzt auch mittlerweile schon am Ende der Folge angelangt. Deutlich überzogen, ja. Ja, wir hatten uns tatsächlich, hier, liebe Datlinge, damit ihr mal Bescheid wisst, wir hatten uns eigentlich vorgenommen, so eine halbe Stunde Folge draus zu machen. Warum? Ich wollte so die, diese Story anreißen, so für zehn Minuten und dachte ich so, okay, den Rest können wir jetzt einfach mal kurz so runterrattern. Äh? Ja, und jetzt sind wir bei einer Stunde, ne? Also, das ist, ähm, so kann's laufen. Ähm, ja. Erstmal vielen Dank, dass du da warst, Sasch. Ja, danke, dass ich da sein durfte. Sehr, sehr gerne und ich hoffe demnächst auch im Studio mal. Ähm, wir sehen uns ja eh demnächst. Ähm. Aber keine Zeit, da natürlich eine Folge aufzunehmen, deswegen produzieren wir jetzt auch gerade ein bisschen vor. Ähm, ja. Ja, und... Ich will aber auch, was mit 20 Leuten mal so eine Folge aufnehmen, geil. Das wäre witzig, ne? Oder? Ja. Das wäre auch, aber ich glaube, das gibt's nur ein Durcheinander. Oder ich müsste alle so nacheinander immer reinkommen lassen, weißt du, sie stehen da schon Schlange vor dem Studio so. Ja, und dann einer nach dem anderen. Zehn Stunden Podcast einfach. Aber da ist, ich glaube, dann ist auch Potenzial, ey, weil da sind ja so viele verschiedene Charaktere dann dabei. Aber das kann lustig werden. Wäre da auf jeden Fall Content für dich, könnte so vorproduzieren. Das stimmt. Ja, vielleicht verhafte ich zwischendurch mal einen. Ja. Gucken wir mal. Ja, ja, vielleicht. Gucken wir mal. Wenn die das auch wollen. Ähm, ja, ähm, liebe Datlinge, auch an euch, vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, dran denken. YouTube und haben wir ja die Möglichkeit, so ein Follower dazulassen, ist kostenlos. Ich sag's wie es ist, Glocke aktivieren bin ich halt nicht so der Fan von, weil immer dieses auf dem Handy rumgebimmel, dass da irgendwelcher neuer Content da ist. Ihr wisst einfach, Sonntag ist Tup-Tag, immer 0 Uhr, gibt's eine neue Folge. Und Glocke braucht ihr nicht. Ein bisschen Abstand nehmen von dem ganzen Gebimsel. Ähm, aber ein Daumen hoch, äh, siehste? One-Taker, wir lassen alles drin. Ähm, ein Daumen hoch nehmen wir auf jeden Fall sehr gerne. Ähm, ja, ich würde sagen, ähm, ja, wir hören uns beim nächsten Mal. Und, äh, dir nochmal vielen Dank. Und keep dating, Leute. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. 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 Tschüss.